Das klingt aber ziemlich un- So. Jetzt muss ich die anderen erst mal finden, ne? So, Moment. So, ich muss jetzt erst mal... Wo sind die denn? Also, die trifft man immer so schlecht. Hallo. Hallo. Oh, jetzt bin ich hier ganz durcheinander. Ne, da will ich gar nicht hin. Ist der Jojo noch da? Bitte an die Kasse 5. Die Kondome, wie viel kosten die denn? Ich hab mich hier verlaufen. Ich bin kein Kind und auch nicht böse, Freunde. Sie haben vielleicht Nerven, so mit mir zu reden. Aber ich respektiere Frauen, die sich nichts gefallen lassen. Glauben Sie, Sie sind traf genug, es mit ein paar Ghoulen aufzunehmen? Äh, Ghoulen sind nicht so übel, wenn man sie etwas besser kennengelernt hat. Dachte ich mir schon, dass Sie nur ein ängstliches, kleines Mädchen sind. 7,99 Euro? Ich hab einfach schon zu viel. Okay, alles klar. Auf Wiedersehen. Die ist echt doof. Sie sind neu hier, wie? Ich... Hab ge... Ich... Ich... Bon Appetit. Bon Appetit. Guten Abend. Wir gehen mal einmal, in der Hoffnung, dass Sie dann weg sind. Könntest du bitte auch gehen? Oh, du hast auch Hunger. Hallo. Geh, geh. So. Ah, fuck. Oh, nein. Die 20er-Box. Oh, da ist aber was los heute. Da ist ja auch Tanz in den Mai, ne? Das wird wahrscheinlich auffüllen. Darf ich mal fragen, wo du herkommst? Also, ich komme ja aus dem Norden. Ach, Bombe entfernt ja gut. Oh, es ist so ewig, dieses Project Concerns Secretly? Nein, aber drei. Das wird zwar ein T-L-I-Probbeli. Probbeli. Haha! Ich bin auch ein Wessi tatsächlich, also ich komme ursprünglich, das kann ich ja so sagen, aus Bielefeld. Aus Bielefeld, der Stadt, die es eigentlich nicht gibt, aber doch, weil ich daherkomme. Doch, natürlich. Warte mal, detailed und vier davon sind richtig. Ja, schon entformt. Da, la, la, la. Nein, so geht das überhaupt nicht. Was habt ihr denn einen? Repair wahrscheinlich nicht. Persistence? Nein. Ja, dann lass es halt einfach. Ist auch egal. Oh, du warst hier drinnen. Hallo? 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 Ich bin Michael Hoffmann. Wer sind Sie? Oh ja, die Ärzte. Das ist auch gut. Hm? Ja, der Blödmann, ne? Warte mal ganz kurz. Ach so, kann ich das auch machen. Okay, gut. Das ist auch was geschehen, gleich Zeichen und Wunder. So, brauchen wir denn noch jemanden? Jetzt muss ich erst mal gucken, kurz. Wo stand das denn drin? Wo stand das denn drin? Wo stand das denn drin? Wo stand das denn hier irgendwo? Warte mal. Miss dann, Miss Link, Montenegro, Miss... Ich denke, das muss ich nur noch Wellington suchen. Ich glaube, den hat die ja schon, oder? Ich geh mal kurz so Tenpenny hoch. Eine. Nur, die geht leider immer wieder aus. Ich muss das noch irgendwie schön machen. Dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du blödes Miststück. Und du auch. Bleib hier. Das wirst du nicht können, meine Freunde in der Sonne. Komm, gönn dir, Villagool. Jawoll. Da gibt es so viele Schlüssel, ey. Oh. Oh. Das muss man sich mal vorstellen. Hier laufen so wilde Leute rundherum, ne? Na, ich bin euer Freund. Oh. Ja, böse Mädchen kommen auch immer weiter. So, nein. Also, ich bin natürlich im echten Leben bin ich ganz, ganz lieb und nett und freundlich. Und, na, also, doch schon. Ja, biometrische Passbilder. Wurden die denn auch mit ein bisschen Lächeln gemacht? Oh, nein. Na ja, was soll's. Was soll's? Was soll's? Oh, der Segen, der Segen, der Segen der Liebe. Oh Gott. Sorry. Das war jetzt wirklich sehr, sehr schief. So, Mr. Tenpenny. Die haben immer was Nützliches mit dabei. Und wenn's so Kronkorken sind, ne? So. Ah, Süßer. Das ist ein Gesicht, das ich kussen möchte. Nein. Bitte nicht. Ich mach nur nette Bilder. Ich bin Doktor. Ey, wo ist denn der Typ jetzt? Nein. So, hier wollte ich dann doch nicht mitnehmen. Moment. Wo ist denn hier der Typ jetzt? Ist ja der drunter, oder? Wäre lustig. Nur mach mir keine Angst. Ey, wo ist denn hier Mr. Wellington? Mr. Wellington, könnten Sie bitte mal kurz aufschauen, wenn Sie es schaffen? Da geht's raus. Ich will noch mal eine... Was ist denn hier? Ja, und? Na, dann gehen wir mal nach unten. Also um die Guten tut's mir tatsächlich leid. Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Was haben Sie bei mir? Hier gibt's noch. Ich mach mich aus dem Stoff. Ist nichts. Auf mein Ziel. Stirb, Zombie, stirb. Mitten in der Nacht. Nein! Das wollte ich... Was ist gruselig. Der hat einen total jungen Körper. Na, aber... Kommt, den ziehen wir aber schnell wieder an. Können Sie mal sein lassen, hinter mir herzulaufen? So, dann wollen wir mal zu Herrn Tenpenny gehen. Hey, Herr Tenpenny ist weg. Ob der sich wohl da runtergestürzt hat? Also ich möchte jetzt nicht... Höh! Uhuhuhuhu! Naja. Was für eine Schweinerei! Aber das hat eben nur wieder aufgehauen. Dann leben wir im Marsch. Das war mir gerade ein bisschen auftrinklich, tatsächlich. So, ich mach mal kurz was essen. So, auf Wiedersehen. Meine... Meines Dinges ist jetzt hier getan. Schade, dass wir Tenpenny nicht gekriegt haben. Ich hör zu einer der ganzen Zerstörung. Und so schlafe ich erstmal hier. So. Ich dachte gerade, meine kleinen Euglein haben da noch was erblickt. Aber nein. Schweine hätte auch friedvoller ablaufen können, wenn sie uns akzeptiert hätten. Aber gut. Fangen wir mit dem Aufräumen an. Es ist schon... Ich... Sehr erfreut. Nö. Tut mir noch nicht mal leid. Ganz ehrlich. Dafür nicht. Oh. Zwei Stunden, das ist ein Witz. Oh, warte mal. Ich kann dann auch gleich einmal kurz zu... Ich muss echt abhören jetzt gleich. Das ist bestimmt so ein bisschen kaputt. So, wir gehen einmal ganz schnell. Ich will einmal ganz kurz eigentlich meine Sachen aufwerten. Sechs, sieben, acht. Genau, wunderschön. Gehen wir schnell einmal zum Mäurer. Die ganzen Sachen verkaufen, die ich nicht so wirklich brauche. Und dann ist das auch gut für heute. Und so wild sind die Offenbarungen ja gar nicht. Hallo. Guten Morgen, mein Schatz. Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden... Nun, wenn das alles... Ach, scheiße. Ich dachte, ich könnte doch mal raus. Das ist Ihnen gelungen, herauszufinden... Hören Sie... So, Ausrüstung. Das. Oh Gott, ich bin so... So, und jetzt hätte ich gerne ein bisschen Angebot. Dann... Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Nein, 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 nein. Jetzt kriegst du von mir erstmal ein bisschen was. Noch von unten. Ja, komm, der kann ich wirklich verstarren. Zwei. Bleistift. Oh, noch ganz schön viel Geld, die Frau. Ich weiß. Ich weiß. Oh. Ich weiß. Okay. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. 1.11 Uhr, lasst uns einen heben So, ja, ich höre jetzt auch auf Ich bringe noch meine Sachen schnell weg in mein Haus Und dann bin ich auch ganz schnell in mein Bettchen Aber ich muss ja noch mal erzählen, ne? Ich war am Arbeiten Und dann kamen da so zwei Jungs Achso, ich wollte ja noch was abgeben So, zack Und dann kamen da so zwei Jungs rein Und die sagten so, ja, wir sind jetzt auch hier Ich habe auch so ein bisschen erzählt, halt so ein bisschen, ne? Und dann sagte ich so, ja Ich Ich mache jetzt auch so ein bisschen Stream, habe ich so ein bisschen erzählt Weil wir so ein bisschen ins Einfach so ein bisschen Ins Gespräch gekommen sind Und dann sagte ich so, ja, wir auch Und wir machen jetzt nur noch dieses Fortnite Battle Tralala Weil irgendwie Du musst da irgendwie 50 Leute haben, damit du verpartnert wirst von Ich kann nicht Ich kann das einfach nicht Ich muss erst hier das So in Ruhe wegpacken Und dann kann ich es Kann ich erzählen So, Zuckerbomben Machen wir auch mal rein So Und Naja, auf jeden Fall Hä? Habe ich mir gedacht Naja Zack So, achso Die, ähm Quantum, glaube ich Habe ich hier reingepackt Habe ich hier reingepackt Hä, wo sind die denn doch Gut, dann kommen die jetzt auch da rein Da sind sie doch So, Lügen im Kongress Das will ich nochmal eben kurz einmal lesen Äh, Gegenstände So, zack So Eigentlich Ja, kann ich es eigentlich so lassen Ich meine, ich brauche jetzt kein Ich brauche jetzt kein Ähm Ich glaube, einer reicht dafür auch Wollen wir ganz kurz gucken, wo er ist Ja, ein Styleboy Ein, packe ich mal weg Dann speichere ich Und dann Falle ich in mein Bett Und sage Vielen lieben Dank, dass du zugeschaut hast Oder dass ihr zugeschaut habt Also ich würde mich natürlich freuen Wenn es irgendwann einmal dann so ist Wenn es noch ein bisschen lebendiger ist Dann einfach im Im, ähm Streamy-Bibi Ähm Natürlich auch gerne auf YouTube schreiben Was ich noch verändern kann Weil ich weiß ja nicht, wie die Kids und so Von heute sind Ich sehe gerade beispielsweise, dass Holly online ist Interessant, interessant Den mag ich auch ganz gerne Für den habe ich mal was gezeichnet tatsächlich Naja So Dann Auf Wiedersehen Es hat mich gefreut Komm bald wieder Dann spielen wir zusammen Bis dann Tschüss Und lieben lernen Bis dann Tschüss